Aaaaaaah Ich höre Wurze Die ist schon so toll So kinderfreundlich Ja 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 Hehehehehe Hey! Schau nicht! Schau ihn! Schau ihn! Flurigart! Sieht ziemlich flammabel! Flammabel! Oh, ich mag flammabel! Was tun wir? Halt! Ja, schnell! Schau die Töne an! Ja, was ich mit dem tun? Schau ihn auf deinen Ecken! So, das ist sogar der nächste Endgegner Zwei? Ja Ja Was ist das wohl? Gutes altes deutsches Lager Und? Was müssen wir denn hier machen? Beim betrunkenen Eichhörnchen Auspissen, jawoll! Was? Ein Schwanzbrenn Ich weiß Was? Sonst Ich glaub ein scheitend Druck drauf auf all der Schwede! Ja... ein schöner Druck, ey! Das muss wegen dem Lagerbier da oder was das war. Das war Lagerbier. Ich sag nur, es war Lagerbier. Kerlpapier. Das ist ein Rappelbier. Oh ne. Ich pickel euch vor. Im Multiplayer geht es übrigens auch zu pickeln. Das ist voll geil. Schaut ziemlich kaputt aus. Das Problem ist, ich brauche jetzt natürlich noch ein bisschen Bier. B wie Bier? Oh, es kann sein, dass ich jetzt... Kotze, ja. Geht das jetzt schon? Fuck. Oh. Äh. Verdammt. Ich muss jetzt erstmal das Bierreden zu machen. So lange dann wieder das Sparchen anfängt. Äh, geht weg. Ey, sind wir nicht schneller. So. Mr. Furry Guy. So. Auf zur nächsten Zeit. Run. Run, my children. So. Los geht's. Yeah. Das Grimmel. Ah, Torch. Er ist der Grimmel. Er ist der Grimmel. Er ist der Grimmel. Haha, scheint schon. Oh, mein Gott. Er ist der Grimmel. Er ist der Grimmel. Er ist der Grimmel. So. Ich bin voller Wunsch. Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Was wird es denn da? Was ist denn da? Ja, es ist immer dein Tag! Shut up! Gentlemen, gentlemen! No calm down! We have business at hand! Hey, he sounds really comfy! Like, like an English person! Is he up to this job, do you reckon? Hey, he up to this job? Let me show you something! See that button there? Yeah! The one with that? Yeah! Betts! Balls of steel! Balls of brass! Balls of brass! Push to the 10th degree! Oh no! A bourgeois big bullet boiler! That's all I need! Was macht da jetzt so? Die Eier drehen Ah, nicht ganz H'ties Nein! Ah, das tut mir auch immer weh. Jedes Mal. Wenn ich jetzt so Frau war... Na, komm mal her. Apropos Frau, ich frag's nochmal wie den Kaffee. Ja, mach's mal. Willst du auch haben? Ähm, nö. Na, komm. Na, ist er ja schon. So. Da haben wir zwei. Der ist eigentlich ziemlich einfach, um es mal zu geben. Das ist das einzige, was ich mache. Das ist nur noch ein drittes Mal und dann... ...hab ich ihn eben schon geschafft. Ein bisschen den Boden putzen. Na komm her. Wo bleibst du denn? Sehr schön. Und das war's. Warte, ich muss in jedes Exegon arbeiten. Haben wir's schon? Haben wir's auch schon? Au, oi. Ich bin ja schon fast tot. Haben wir die Flammen vor uns so viel abgebildet? Riech, naja, du hattest schon drei Riechen und die Flammen. Nicht zu wenig. Scheiße. So, das war's jetzt aber. So. Aber, noch nicht außer Gefahr. Bis bald. Autsch. 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 So, so, und das war's mit dem Entgegner. Joe Schilder ist gesagt. Bis bald. Bis zum nächsten Mal.